herzlich willkommen zu einer neuen folge fortnite lego zusammen mit michael auch guck mal ja man kann auch ausweichen ich habe die musik auch einmal bekommen ich kenne mich noch nicht aus mit dem spielen aber naja kriegs alle an welches viel dich das sollten wir nicht bauen ach so wir sollten doch hier an links vorne lagerfeuer haben wir noch genug holz mittlerweile haben wir kommen halt da ist schlüsselbesitzer soll das aufbauen kann ich das machen koholz kann es einbauen ich würde sagen wir planen bauen noch ein eine werkbahnbahn also gar nicht das ist eine gar nicht das hier ich kann bauen weiß ich wollte ich nicht essen ich habe was für dich nicht ja komm mal bitte um liegt da sind wir talen quatsch nicht unten ins ding in die hand ist egal also nicht fick dich ich komm her hast du meine axt eingesammelt ne noch nicht hier mehr hier micha spitzhacke auch nicht mit diesem idiot durchreden habe ich aufgesammelt ja habe ich tatsächlich das gefällt mir ich gewandern guckst du mir zu da darf ich dann die ganze steine abhaben wo ist unser welt ich habe unser lagerfeuer floor also ich hab's guck auf die map hätte steht nix da du kannst du kannst ja jederzeit in meine welt kommen wenn du möchtest warum ich habe das für dich hergestellt hallo wie bist du doch ist unser lagerfeuer damit zwei ist auch noch eins hast du steiner mann ja auch ich spieler ich sehe äh kann nicht oder wird naja kann ich nicht damit steine von sohn wie viel darf ich hier ist kalt ja pech auch nicht besser haben die steine mönch mönch ich brauche es wir sind teuer mir ist jetzt warm du musst die bärchen essen da die du bekommen hast hast du gesehen genau die schützen sich vorübergehend hast du keine bekommen nö oh mir ist kalt dir auch ich habe gerade auch einen schutz können wir zusammen machen oh also ich brauche granit 30 also ich habe 11 habe 13 darf ich vielen dank jetzt habe ich 24 mir ist kalt nehmen können wir müssen ja kann ich pennen nee noch nicht dass mir mehr freich das will ich ja was denn oder 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 wir können auch gebäude platzieren tatsächlich gucke kann der hütte bauen das habe ich ja schon was ach so in der hütte also das kannst du findest du ein bohrmenü ey wie rum denn wieso so wie ich jetzt kann ich nicht sehen einfach gerade irgendwie entwo ja genau ach du scheiße ja genau wo noch alles anbauen da ist ja richtig aufwendig warte wie viel mit holz das ist ein fußboden oder was ja mir ist kalt steht hier ach so weil die mich forschen denken die ich sie so aus dass sie hier sollen dorthin hast du schon mir ist kalt mir ist kalt ich weiß wo wir ein hinbar weißt du bist du drin und geht auch betten was christen ja holz 10 richtig ja locker brauche ich 6 holz habe leider kein holz aktuell ich frag mich mal habe ich sicher wir müssen warten bis es tag ist wahrscheinlich da ist ein zombie wo da draußen hey kannst du mal für uns regnen ach danke wir können weit wandern ich würde sagen wir sammeln so viel heute wie es geht gibt es keine fackeln doch gibt es die müssen wir erst reichern aber wir haben doch wo es in der werkbank auch hier oh mein ich habe schon für ewig kein karmann was wir können fackeln machen holz und wanken brauche ich soll ich wieder herstellen hab schon kranken ne ich meine fackeln kann ich herstellen hab genug wanken ach so oh holz ich hab so viel holz klung was bringt du das jetzt aha licht licht mich ja kannst du die dritte hand legen zum beispiel ja bitte ja bitte hast du äh kleine leder oder was das immer ist plas für ein zeug lange kopf habe ich gesehen auf deinem bau was baust du denn überhaupt warte warte ach ich brauche holz das holz oder ach nee ich hab kein holz leider oh ok sattina hey sorry ich halte kannst du mir dann holz geben nö meins hallo ich brauche das bitte hilf mir doch mal glaubst du was ich mache danke was wollte das denn keine ahnung freche nudel wir können platz pläck äh siehst du den punkt da nö kann ich natürlich nicht muss was essen habe ich wieder hunger aber ich bin ganz futtern ding hab schon bett hast gell ich denke das ist gesehen wir ja so wenn ihr es noch nicht getan habt könnt ihr gerne fragen stellen abonnieren leiten und nix zu verpassen stimmt kann man nicht den spruch anders von mir das hat dann mal nie aber nicht gekillt aber ich finde das lego fort nicht schön bleibt stehen wer wie viel hast du doch so du hast mit mir geredet mensch und man kann auch sogar mehr herzen bekommen ja wir kriegen auch herzen wenn ihr abonniert na geht doch denkst du die haben jetzt abonniert nur wie weniger hoffen wir sagen wir mal ja so freundlich stell grad was her micha wenn wir kuscheln wenn wir kuscheln es kalt stand da ich weiß auch ne ne mensch was ich nur schon wieder es regnet dann bin ich komischerweise ach leckung meinst du bei mir regnet's wo wir unsere base aufgebaut haben muss die mal drinnen und nacht bei wie soll ich eingesammelt regnet's bitte nicht was für dünner ja bei mir regnet's ich habe was für dich für dich ne für dich was denn nicht das was ich jetzt denke nicht das was ich jetzt denke oder wir sehen was du denkst ähm du weißt schon was ich hab was für dich wir bauen für jeden uns ein haus hier regnet's stimmt ach das ist jetzt auch mal danke und da kannst du mir helfen warum na komm bitte da ist kaputt gemacht wer der begegnen kloppt demoliert ich will gerade was platzieren mir fehlt holz ich habe genug holz darf ich nein ach komm bitte kann ich halbieren er kann man danke zwölfe und für gering verdiener kann ich auch starben nein natürlich nicht das ist weiß was ich schon her hole da wirst du dich freuen ich habe ich habe und ja ich habe oder klein die bescheidene ich habe keine angst vor plätzen das wissen wir machen die flanken machen ja schon hergestellt hast du ja gerade weg weg ja und dann hier können wir unsere sachen kann ja bei mich einschlagen guten tag das meine budi oder was ja gleich darf ich noch kurz in der bude einschlägt das kann auch passieren noch kein bild doch hast doch ein ja wenn ich doch hab doch mal gebaut oder kann man weg moment mal gut es ist kaputt gemacht nein habe ich nicht ich weiß auch noch gar nicht mein haus ob da ist da drüben ronnie hast du jetzt kann ein bald bauen warum ok gut ich brauche auch noch ein holz bei meinem bett ich bin im weg kann ich auch bisschen holz ich habe den herz abgekommen der blitz ist im bau eingeschlagen was bringt eigentlich die fackeln oh habe ich die fackeln weggeschmissen ich bin jetzt auf dem boden darf ich bitte holz aber es ist immer die ganze hintergrund du hast es auch immer ja das ist schon blitz aufgeschrei in welchen tun nach holz gehen ich habe nur noch zwei holz ja und gibt mir bitte ja dann hier blöd 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 ja habe ich nicht mach mal dein bett zuweisen hey mein haus wird eingeschlafen das jetzt meinst du weißt dann machst du dein bett geschlafen ja und dann heute gleich was passieren muss man ach so da hast du noch dein point jetzt mach auf wach auf wach auf wach auf warum ich stell mich mal raus warum wir sind vom blitz getroffen ne ja uuuhh das klingt ja wie in echt das wär ist doch gut wenn es echt klingt wenn geht richtig party weißt du eyy Finger weg blitz f*** dich uuuhh müde ey du bist geil was in echt du musst schon wieder wer du mhm junge warum musst du wieder jedeszeit schiffen gleich ja ja pfff guck guck bleb ja Das war's für heute. Das war's für heute. Na? Wollte ich grad fragen, lass mich am Leben, wollte ich noch sagen. Ich bin neu aufgestanden. Wo kommst du mit? Brauch deine Hilfe. Ach, die bleibt jetzt hier stehen oder was? Hallo, ich brauch Hilfe. Ich bin nicht geschmissen. Warum? Komm, komm, komm. Hier ist ein Wolf. Kann man ihm helfen? Hey, fing dich. Ähm. Null. Dann komm ich nicht mit. Kann ich ja nicht hauen? Nö. Ja. Da bin ich auch schon verbruchern. Mensch, ich wurde auch verreckt. Wegen dem Kackwolf. Hast du eine Axt eigentlich mittlerweile? Ja, schon lange. Hast du eine Axt und ich nicht? Dann stell dir doch welches her. Och, Nenno. Du hast mir auch nichts Wasser gegeben. Muss ich durch zum Lager. Ja. Kann ich auch fliegen eigentlich? Oh, ist das nervig. Oh, nicht. Oh, nicht. Aber ich habe irgendwo eingesehen, da kann fliegen. Habe ich gesehen. Bei irgendeinem Streamer. Der konnte ja fliegen. Und leider. Hat er zum Kleider. Das sehen wir. Und den haben wir ja nicht. Was sagt man da? Gesundheit. Ey, was machst du an mein Haus? Verpieße dich. Das ist die Werkbank. Warte, was brauchst du? Die Werkbank. Komm her. Mann. Wohin? Das ist ein Sägewerk. Komm her. Ich habe was für dich. Ich habe kein Material. Komm her. Weich aus, Mann. Was kriege ich von dir? Hier hast du eine Axt. Du fahr ich nicht in den Druck. Aber es gibt Schilder und sowas auch. Hier guck, hast du... Hier weh. Hier guck. Uhu. Ich habe kein Holz mehr. Oh, Pech. Was denn? Hier guck mal. Hast du ein Schild? Hier Axt. Und das wird schon wieder Nacht. Gute Nacht. Ja, die Axt habe ich. Sehr schön. Dankeschön. Wirklich, mein Vetter. Äh. 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 Ich bin so frech. Ich bin so frech. Das war doch lieb. Das ist so fast jede Stunde dunkel wird. Das ist nervig. Ja, das stimmt. Und ich habe schon wieder Hunger. Klasse. Klasse. Oh, oh, oh. Ist meine Fackel. Na guck mal. Oh. Ich bin gar nicht komplett satt. Oh, jetzt bin ich komplett satt. Ah, jetzt bin ich komplett satt. Ja, mein WLAN sagt schon CIS. Warum? Hier ist eiskalt. Ja, weil mein WLAN hier spinnt. Ich glaube, du kannst die, musst die Fackeln dir annehmen. Hast du Fackeln? Nee. Komm mal her. Bist du eine? Nimm die mal in die linke Hand, kennst du wie Minecraft. Geh mal ganz in die rechte Hand. Das ist die Nebenhand, wie Minecraft. Ja, genau. Und jetzt müsste es eigentlich nicht mehr kalt werden. Weil die es ja Wärme spendet. Ja. Geht die dann auch aus? Nee. Eigentlich nicht. Die ist eiskalt. Ich dachte, die bringt was. Wie dämlich. Bringt die nur Licht oder was? Ja. Ja, komm. Komm mit. Hier. Komm her. Nun, was bringt das denn? Licht. Ja, aber ich dachte, das macht eigentlich auch Wärme. Dachte ich. Da brauchst du größere Teile. Das ist ja dumm. Wie du? Hallo? Ja. Hey. Das ist mein Baum. Dann teilen wir uns ein. Hahaha. Auch nicht schlecht. Danke. Ich seh alles ab hier. Oh. Danke. Oh. Ich brauch auch mal dringend hier ein Schwert. Vor allen Dingen. Das ist ein Skelettis schon wieder. Ne, mit der Axt draufhauen. Oh, jetzt hab ich meine Fahrt. Ich hab mich nicht mehr geblieben müssen. Bittzeige, ist das deine, Herr? Nö. Natürlich. War nicht mal meine. Hatte keiner gehabt. Hatte nur eine. Hä, meine war es nicht. Ich hab ja meine noch. Ja. Na ja, wer findet das Verhalten? Na ja. Kommst du im Haus? Ins Haus? Im Haus. Ja, und dann? Nach schlafen, oder was? Na, ne. Ich will ein Video neu aufnehmen. Schon wieder. Hallo. Wir sind fertig. Hallo. Weißt du, wie viele schon sind? Du hast gar nicht gesagt, dass du fertig bist. Oder doch? Nein. Äh, ich esse schon 30 Minuten. Also Freunde, ich würde sagen, das war es jetzt mit diesem Video. Love, Like und ein Abo da. Da sehen wir uns gleich wieder in die nächste. In die nächste. Micha? Folge. Was? Folge. Ja, genau. So, ich hab was hergestellt, was mich ja noch nicht hat. Guck mal. Das ist mir. Ein Schwert. Warte, ich beende mit dir zusammen auf den Aufm. Ey. Ich stand grad schon da. Mensch. Warte denn jetzt. Tschüss, ihr Freunde. Tschüss. 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 Tschüss.